Sparky war ein toller Hund. Ein toller Freund. Der beste Hund, den sich ein Kind nur wünschen kann. Wenn du jemanden verlierst, den du liebst, verlässt er dich niemals wirklich. Er bleibt für immer in deinem Herzen. Er soll nicht in meinem Herzen sein. Er soll hier bei mir sein. Das Nervensystem besteht nur aus Drähten und Kabeln. Die Muskeln reagieren sogar nach dem Tod auf Elektrizität. Überrasch! Tut mir leid, Kumpel. Sparky! Das gibt's doch nicht! Ich kann das reparieren. Ich weiß Bescheid. Worüber? Dein Hund lebt! Du darfst es niemandem erzählen. Versprochen? Versprochen. Victor hat ein Tier wieder zum Leben erweckt. Mit Blitz und Bumm und Zzzzzz. Geschieht etwas Großes. Wer ist dafür verantwortlich? Ich wollte nur meinen Hund zurück. Wir können das besser. Größer. Erhebe dich, Riese. Aus deinem Grab. Cool. Victor! Schnell! Versprechen! Mr. Whiskus versucht uns etwas zu sagen. Hast du das aus dem Katzenklo gefischt? Du meine Güte. Ich brauche deine Hilfe. Ich hab ihn zuerst gefragt. Mein Problem größer. Ja, er hat recht.